Naja, ich trage ja diesen Pelzmantel bei dieser Bullnitze, 35 Grad, im Schatten. Ja, nur aus dem einzigen Grund, damit die Leute nicht auf die Idee kommen, mir würde es so gut gehen, ne? Ja klar, wir leben ja in einer Neidgesellschaft, ne? Mann geht's mir beschissen, du! So, jetzt gehe ich rein und esse einen Kartoffelsalat, schwäbisch, aber keine Angst, Freunde, den tue ich total versalzen. Mann geht's mir beschissen, du!